Blindtext in Word eingeben Wenn Sie ein Layout planen, müssen Sie schon mal Blindtext eingeben. Word kann solche Blindtexte ganz rascher stellen. Es funktioniert mit Hilfe einer Formel. Sie lautet ist gleich lorem klammer x, y ist gleich lorem 1.20 generiert einen Absatz mit 20 Sätzen pseudolateinischem Blindtext. Mit STRG plus Z machen Sie das Füllen mit Blindtext rückgängig. Mit dieser Formel kann man 100 Absätze mit je 100 Sätzen erstellen. Das Ganze funktioniert auch mit deutschem Text. Dazu geben Sie gleich rand Klammer auf x, y Klammer zu ein. Die Werte x und y stellen wiederum die Anzahl der Absätze bzw. Sätze dar. Klammer auf x, y Untertitelung des ZDF, 2020